...euch ab 12. Juli. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist... ...eine Ente? Eine Ente ist Präsident und das ganze Land geht vor die Hunde. Oder war der Präsident ein Hund? Wen interessiert's? Irgendwann im Juni. Oh, kommt schon, Leute! Das reicht's denn! Ich halte das keinen Film lang mit dir aus! Hey, Kumpel, warte, es tut mir leid. Nein, keiner hat recht, du bist scheiße. Ich? Hast du diese Scheiße gesehen? Warte doch, Jungs! Kumpel, wir wollen nicht mehr mit dir abhängen. Jetzt kapier's endlich! Kyle? Kumpel, du... hast dich verändert. Nein, die Welt hat sich verändert. Siehst du das nicht? Nein, und das will ich auch nicht. Hör zu, Stan. Vielleicht sollten wir einfach... Du checkst es nicht, Sharon! Hast du noch nie! Ist das etwa meine Schuld? Ja, es ist deine Schuld, weil du ein Kind bist! Was glaubst du, geht da drinnen vor sich? Klingt in etwa so, als würde Steamy Ray Warren sich mit seiner Frau wegen Steamy Nix wetzen. Also, willst du das wirklich tun? Tja, das müssen wir. Wenn die sich streiten, ist das unsere Chance, die Unterhosen zu retten. Oh Gott, das machst du andauernd! Zuerst bist du von Baseballprügeleien besessen, dann spielst du nur noch World of Warcraft, dann willst du Promikoch werden! Wieso kannst du mich nicht einfach unterstützen? Was denn unterstützen? Einen weiteren dämlichen Traum von dir? Gib's zu, Sharon, unser Sohn wurde zehn und du fühlst dich nun alt! Was hat das Alter unseres Sohnes damit zu tun, dass du dieselben Fehler immer und immer wieder begehst? Weil ich unglücklich bin, okay? Ich bin seit langer Zeit unglücklich! Ich bin auch unglücklich. Das sind wir offensichtlich beide. Wie lange können wir das noch ertragen, Randy? Irgendwie passiert die gleiche Scheiße immer und immer wieder, als würde jede Woche zurückgespult und es geht alles von vorne los. Woche für Woche ist es die gleiche Geschichte mit anderem Inhalt, aber egal wie man es betrachtet, es wird immer absurder! Kommt schon unterhosen! Wir befreien euch! Ich weiß nicht, wer sich von uns verändert hat. Ich hab nur das Gefühl, nicht mehr viel Zeit zu haben und die will ich eben genießen. Ich will sie auch genießen, aber ich kann es nicht mehr überspielen. Ich find dich eben irgendwie beschissen! Ich finde dich auch beschissen. Menschen werden älter, Randy, und leben sich auseinander.